So meine Lieben, dann das ganze nochmal. Wird der aber toll. Toll, okay. Wo meint er denn jetzt noch viel. Was muss ich jetzt nochmal einbespüren? Wo, 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 wo? Woa. Ja noch was liegen lassen. Also hier lang. So, da rennt er mit. Lass sie runter. Oh, hallo mein. Gut. Gut. Oh, das ging jetzt sehr schnell. Das ging ja ein bisschen sehr schnell. Wir haben erstmal... Ach, das muss ich auch wiederholen. Alles klar bei dir? Ja, danke. Was war da oben? So. Äh, das, das, das. Oh, danke. Okay. Schaut, aber das sieht aus. Kann ich vermischen. Ganz. Kann ich nachladen. Schaut, ich kann mich nachladen. Schaut, ich kann mich nachladen. Ich kann mich nachladen. Ich kann mich nachladen. Auch hier. Oh, da ist noch ein anderes Spiel. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja, was ist das? Was ist das? Hey, die halten jetzt auch mal mehr aus irgendwie. Bist du okay? Ich kriege es, wenn ich... meine Waffen hier stärker kriege. Drei Handgranate. Hier, da geht es runter, das bringt mir nichts. Hier kann. Bam. Ih, eine Kloake. Ich muss jetzt in die Kloake rein, wa? Ja, da ist ein Schwarzer. Kann ich mal runter schießen? Kann ich sagen, dass es wie eine Kiste... Wir gehen mal runter. Ach, riecht das widerlich. Kommst du gleich? Ja, früher hätten mich hier keine zehn Pferde reingekriegt. In der Kiste sieht man was nicht, ne? In der Kiste sieht man was nicht, ne? Ja, okay. Okay, dann kommen wir weiter. So, das sah gerade leicht aus, deswegen. Das sah gerade leicht. Ach so, ich muss mit der Alten wieder. Beide gleichzeitig, okay? Alles klar. Ach, ich muss... Oh, 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 oh. Ich muss loslassen, okay. Okay. Also dann. Beide gleichzeitig. Er, ist gut. Versteck dich. Warte hier. Okay. Wehr-Munition. Denkant nachladen. Jetzt rausfinden, wo sie ist. Wo sie im Wesen. Oh, nice. Äh. Ist gut. Noch mehr? Nein, kann halt. Denkant nachladen. Oh, je, je, je. Durchatmen. Bitte dicht. Ja, jetzt ist er einfach. Warum? Hä? Warum, Leck? Verdammt, wie penetrant kann man sein? Scheiße. Hässliches Drecksvieh! Er explodiert und schießt dann sein scheiße hier du bist doch nicht verletzt nein alles gut hilf mir mal oi 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 verpasst nicht die scheiß Stapel Regeneration war wahrscheinlich nur da ufff Stapel seit oi 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 das macht doch die Hände kaputt ich ach so hier ist wieder Strom ok dann sie muss und ich muss bestimmt verteidigen machst du das na klar ich habe ein Händchen für sowas ja von wo kommt er da nicht ich höre mich jetzt was was oh sie muss wahrscheinlich da bleiben wegen dem oh mit gunstvoller Halskette ich habe da was von keine Lust ich muss versuchen kurz zu erzielen was ich kann zu fehlen wo ist was? Kraut was habe ich mit ach so die habe ich ja glaube ich gesehen die habe ich ja glaube ich gesehen da was Brillen und ein paar Heilungen ich bewege von außen und genau was ich sch so jetzt muss ich ganz schnell zu ihr zurück oder? Ashley scheiße ok das Ding wieder nach unten oh oh das hat man einfach nie nein 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 oh oh man ich habe diese große erschossen ja uiuiuiui das ist ja ja gut im Nahkampf mit der Sniper ist natürlich nochmal alles insammeln ich muss die beiden Türen mal umbringen Barsch und dann war ja nis und jetzt schon loslaufen oh ich bin 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 Was ist denn? Shit! Nimm dich für Kasse! Besser Scheiße! Hilfe! Halt schon! Äh ja sie ist halt weg! Ich kann nicht weg. Nicht rüber. Ja gut, aber wo komme ich denn? Ja, das ist doch... Ich ey! Hier und... Ok, ich mach den Strom an, dann kommen sie... Ich bin hier richtig. Ja. Hallo? Ashley, scheiße! Oh! Schauen wir noch. Das ist ja abge... Äh... 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 Oh... Laut... Arsch... Der Regenerator scheint erst später zu sein. ... ... ... ... ... ... ... ... Okay, jetzt kann er... ... 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 was mich nicht an mit dem kopf Oh Gott! Oh, weg, weg, weg! Ja, ja, ja! Wo ist der? Oh, weg, 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 weg! Schießt er wieder? Oh, Escher, dann machen wir mal bitte! Oh! Was ging? Dann machen wir mal bitte jetzt wieder hier die... Ach, hat sie! Ah, hat sie schon! Danke! Ah, jetzt müssen wir natürlich irgendwie... Ja, das Krimskram sollen wir einsammeln? Ja, bitte! Obwohl ein Sniper dabei... Nur Pistole, na gut! Das muss... ...so sein. Genau, hier kann ich nie viel mehr machen. Das ist ja oben links. Jetzt brauche ich Strom... ...in der Mitte... ...Russeln. Panna... ...Panna... 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 ...Hab ich alles drin... Ach, habe ja alles drin... ...W goggle... ... Jetzt reicht's aber mit den regeneradores... ...dahhin, dahin, dahin... utiliz Keys 3 Rangsam hatte ich genug ein auftrag ist vom tisch was gute arbeitpartner ratten der abfallbeseitiger wieder zurückgehen ok na gut dann machen wir das mal dann machen wir das schnell ja da war einer wie groß ist denn die abfallbeseitigung oder raum hier hilfst du mir mal moment mach doch okay und so wahrscheinlich bleibt sie nur daran wenn ich rübergehe hier da drüben bin hier rum hier rum hier 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 Das ist halt da, oder? Da war doch gerade einer, oder? Hier auf der Seite Ah, da war sie Da ist sie Das war aber nett vom Spiel, dass er da gleich gespawnt ist Gut, da kann man zwei Aufgaben abgeben Was ist das? Was ist das? Ich bin eine Spitzefremde. Wofür kann ich dich begeistern? 40... Ich habe bloß 9, ok. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Hmm... Kaufen... Lassen... Oh, ich glaube, wo habe ich... Rappen... Fisch habe ich auch noch zu essen. Kaufen Handgranaten. Ich würde mir mal Sniper herstellen. Dann werde ich mal... Kaufen... Helfe schon. Ich habe genug Heilung, glaube ich. So, das kann weg, das kann weg. Ob Robine oder Ransch, es macht keinen Unterschied. Ein Hervorragung jederzeit wieder. Mach ich. Rund, ok. Ringe mal. Aha. Achso. Danke. Gut, darf ich jetzt mit dem Bagger ranieren? Warum ich denn fasse? Gefällt mir überhaupt. Ok, Endgegner. Ja. Hier sind so viele Fässer, dass ich immer sehr entgegner sind. Leon! Da. Der Lift. Wenn nur diese Wand nicht wäre. Ja gut, dafür haben wir ja ein Spielzeug hier, ne? Na, Abrissbirne. Na, Abrissbirne. Das mach ich. Ah, ah. Ja. Ah, kein Witz. Ist egal. Lärmt ihr sowas heute in der Schule? Ja, lang springst du, Fragerführer. Hehehe. Ok. Becker! Ich kümmer mich um die. Ich kümmer mich um die. Ich kümmer mich um die. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das war gekürzt. Der. 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 In der Machel. Wir kommen alle zum Pass hier. Boah. Hier ist das Spiel rein. Boah. Okay. Wo ist er, wo ist er hinter mir? Okay. Kann man selber schaden? Okay, wo ist er? Wissen, Entschuldigung. Die heilen. Oh mein, ich habe eine andere Granate. Oh, das ist es. Oh, das ist ich. Oh. Das ist jetzt jetzt. Oh. Oh. es ist ich habe ihn ist Was ist das? Wer so nett nach einem Arschtritt fragt, sollte ihn bekommen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ich bin da leider. Eid. Ich will nichts gegen machen. Rotflinte. Okay. Okay. Was ist das? Oh, endlich Mädel. Oh, hier was noch immer. Gut. Gut. Hier noch mehr Zeug. Wo ist der denn, Ashley? Da fliegt noch ein Blend-Kramat irgendwo. Solltest du zu deinem Beruf machen. Gut, dann kann ich das jetzt hier aufmachen. Gibt's noch was? Was ist das? Äh, der wandelnde Tote mehrere Personen bricht. Mr. Leiche. Probation. Oh, jetzt muss ich so weit zurück. Ist doch wieder so ein fucking äh, ignorierender Typ. Oh, jetzt muss ich hier nicht aufmachen. Oh, jetzt muss ich hier mal. Oh, jetzt muss ich hier mal. In das Ding. Ich bin dumm. Gibt jemand was? Die ist halt echt gut. Geht hier hoch? Ah ja, also hell. Also hell. Oh, ich kann... oh. Ja, natürlich zu. Da komme ich leider nicht hin. Geh hier hoch. Ja, das gibt's doch nicht. Denk schon. Wo würde ich ohnehin hängen? Doch! Nicht übel! Okay, ähm. Da wird's ja noch ein Regeneratoris entgegeben. Ob ich noch Tramp kann, ja. Da haben wir's ja so hoch hingehangen. Der Papier. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich geh speichern. Und beim nächsten Mal sehen wir uns vor diesem... ...Inkubationsdingens wieder. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.